Mein Name ist Priscilla Meuter und ich bin stolz darauf, dass OMV und Borealis an einer nachhaltige Energiezukunft unterstützen. Durch Innovation und Zusammenarbeit treiben unsere Lösungen große Entwicklungen wie die deutsche Corridor-Projekte an. Dabei wird erneuerbare Energie von Windparks im Norden bis in den Süden Deutschlands transportiert. Unsere Produkte spielen eine wichtige Rolle in einer kohlenstoffarmen Energiezukunft. Mein Name ist Andreas Gemersch und ich bin begeistert von unserem kreislauforientierten Geschäftsmotiv. Wir wollen unsere Materialien in einem geschlossenen Kreislauf halten und dabei Kunststoffabfälle eliminieren und CO2-Emissionen deutlich senken. Das können wir nur erreichen mit Innovation und kreativem Denken, vom Produktdesign bis hin zu unterschiedlichen Kreislauftechnologien. My name is Diana Morady. I am excited to work on hydrogen for mobility applications. Green hydrogen can provide the link between renewable electricity generations and the sectors like industry and heavy-duty transport. I am entirely convinced that green hydrogen will play a very important role in the reduction of CO2 emissions. My name is Stefan Roest and I'm keen to make our industry run on circular carbon. Carbon is a key element of the chemical industry. To prepare ourselves for sustainable tomorrow, we need to focus on circular carbon only, taking from our atmosphere, from waste or from biomass. Using for instance the carbon in a plant to use a rare feedstock for tomorrow. This is what we do with the renewables. Ich bin Michaela Fraubaum und ich freue mich OMV auf ihrem Weg zu einem der führenden Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft begleiten zu können. Mit Re-Oil schließt sich der Kreis. Denn wir recyceln Allkunststoffe, die ansonsten in der Verbrennung landen würden. Ich bin davon überzeugt, dass unser chemisches Recyclingverfahren die optimale Ergänzung ist zum gut etablierten mechanischen Recycling von Borealis. Hallo, ich bin Sorin Ivanovic und ich engagiere mich dafür, dass wir entführende Anbieter von erneuerbarbasierten Chemikalien und Kunststoffen werden. Gemeinsam mit unseren Partnern von LaFargenverbund sowie mit unseren Kollegen von Borealis planen wir CO2-Emissionen von der Zementproduktion mit Hilfe von grünem Wasserstoff in wertvolle chemische Ausgangsstoffe für die Kunststoffproduktion umzuwandeln. Damit schließen wir den Kreis in die Kohlenstoffkreislaufwirtschaft und wandeln CO2-Emissionen in wertvolle Produkte um. Hallo, mein Name ist Alexandra Kogelnig. Mein Team und ich arbeiten jeden Tag mit Leidenschaft daran, nachhaltige Kraftstoffe für unsere Kunden zu beschaffen. Um den Anteil nachhaltiger Komponenten im Transportbereich zu erhöhen, arbeitet OMV aktiv an der eigenen Produktion und an der Beschaffung neuer fortschrittlicher Kraftstoffe. Mein Name ist René Grastetzky. Wir haben eine der größten und modernsten Photovoltaikanlagen in Österreich gebaut, um damit einen Teil unseres Energiebedarfes für den Betrieb zu decken. Die Entscheidung, auf erneuerbare Energien zu setzen, ist äußerst motivierend. Ich freue mich, dass wir mit diesem Projekt dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen. Mein Name ist Doris Kittenberger. Meine Leidenschaft ist, digitale Voraussetzungen zu schaffen und geothermische Bohrungen effizient durchzuführen. Und wo wir Technologien ansetzen, um die Herausforderungen der Energiewende für eine nachhaltigere Welt zu meistern. Deine Wunderschönen Untertitelung des ZDF, 2020